so leute es ist dienstag das wird eine hitman mission ist raus ich will gar nicht lange labern man es ist schwierig das haut die sendezeit unnötig hoch aber ich bin die uploadzeit aber gut gönnt euch gut afternoon 47 your destination is marrakesh morocco where civil riots are looming your targets a private bank and klaus strandberg and army general raisers a dan two of the conspirators in a sinister plot to overthrow morocco's fragile government strandberg a former bank ceo who stole billions of dollars worth of savings from the moroccan people was facing trial for investment fraud but early this morning a band of heavily armed mercenaries freed strandberg from his prison transport resulting in the death of several police officers strandberg now takes refuge at his native swedish consulate in front of which crowds of angry protesters have gathered demanding his handover to moroccan authorities we believe generals a dan orchestrated strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots allowing zay dan to impose martial law operating out of a field hq at a nearby abandoned school he will no doubt use the riots to depict the rabat government as weak and inept and persuade the general staff to support a fully fledged military in the name of national security our client building contractor hamilton low who stands to lose a fortune in government contracts has hired us to prevent the coup d'etat to do so you need to paralyze zay dan's rebel forces and prevent the riots from escalating further hence the double contract this is quite the political powder cake 47 so be careful the fate of a nation is at stake i will leave youtube so missus aktiv dann wollen wir doch mal ampule beteilungsmittel ja ich glaube hier gibt es eine ort wo ich das benutzen kann also wie gesagt oder auch nicht gesagt ich wurde gerade eingeladen und musste da ganz kurz die aufnahme abbrechen weil das wichtig war ja ich hoffe euch hat gefallen was ich hochgeladen habe vor dieser episode die beiden kurzen videos aber von luke skywalker mit der musik fand ich ganz cool diese musik die darunter zu legen und das haben wir schon gehört und ja das kids video in paris ja 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 geht mir aus dem weg danke auch neben was die falsche richtung auch die richtige tag wie sie mich alle haben wollen ich weiß zufällig dass hier ein kameramann gebraucht wird am konsulat deswegen suchen wir jetzt einen weg in die shisha war hier rechts weil ich nämlich weiß noch von den letzten mal dass da einer drin ist ich bin mir aber ziemlich sicher dass wir das schon gesehen haben dann aber schnell bevor die jetzt hier ein stürmen da mit 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 ja das läuft ja wieder mal ganz optimal aber egal gibt es ein problem ich finde gerade nicht ich werde mein dahin gehen wo ich es erfahre da war ich ehrlich schon als datverkleidung bin da in das konsulat gekommen muss bestimmt auch witzig sein irgendwo da oben drauf zu stehen dann dadurch zu snipen geht bestimmt auch für so eine blöde für so eine blöde verkleidung hier ja stand aus interview für so eine blöde shisha bar mitarbeiter verkleidung musste schon einer in die schnauze bekommen und einer musste sterben wobei ich mir gar nicht mehr so sicher bin ob der schwarze der das hier vorher an hatte ihr wisst schon der eigentliche mitarbeiter den ich jetzt erst ausgenockt habe ob ich ihm jetzt geschlagen habe und er mein gesicht noch gesehen hat oder nicht groß was daran ändern können wir jetzt eh nicht mehr guten tag das ist also unser ziel mal hier wird er scheint ja da rausgekommen zu sein nein komm zurück ja was machst du da hinten was ist denn das restroom fresh möchten sie jetzt toilettchen hier besuchen toilette wo ist meine toilette wie so ich Das läuft gar nicht gut Entspann dich Das läuft ja mal wieder komplett wie geplant Aber egal, ich bin Attentäter, die können sich mittendrin auch nicht umentscheiden Beruhigt euch jetzt mal Leute, das war auch nur ein minimales Problem In die Fresse, in die Fresse, in die Fresse Nicht noch mehr von der Sorte, ey Komm Zu spät So, ich würde mal sagen, so reagiert ein echter Profikiller Nicht Aber egal Wenn ein bisschen Gewaltanwendung nötig ist, dann ist sie eben nötig Wie viele Leute in der Shisha-Bar haben wir jetzt umgebracht? Ich glaube, vier oder fünf Stück Wieso laufen wir eigentlich mehr Fotografen rum, oder warum kann mich hier jemand erkennen? Guten Tag Guten Tag Spät bin ich noch nicht dran So Wollen wir doch mal Ein Tümer ist zu schwer war Ich habe ja gesagt, ich möchte das möglichst nicht neu starten Ihr kriegt meinen ersten Versuch Und wenn das scheiße läuft, dann läuft das jetzt scheiße Das ist ein paar Morde auch nicht so schlimm Genau, wir sind von GNN Open Gate Miss Kingsley, gehen Sie vor Ist es kein Waffendetektor? Das Ding hat nicht ausgeschlagen, trotz meiner Pistole Ja, tut mir leid Können wir jetzt mal bitte reingehen? Danke Ich tue mehr, dass ich jetzt gerade ein bisschen wenig kommentiere Das sehe ich einfach daran, dass ich ein bisschen genervt davon bin, dass die Mission ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, aber So, das ist auch mal witzig, oder? Wenn mich das verkackt hat Ja, bitte, bitte, bitte Oh nein, ich wurde gefilmt, scheiße Ja, warum erzählt sie uns das denn? Sie hat doch gerade selber gesagt, dass keinen ihre Meinung interessiert Warum sagst du das sonst dann? Ja, danke, bin ich immer Lauf an dir vorbei, packt ihr direkt an die Mu und Und, äh, ja Oh, das ist ja nett Höflich, Frau Taste of sweet So So Kapital, du hast es geschafft. Komm in. Komm in, gut. Pam Kingsley. A pleasure, hm? Ich schaue deine Show all the time. Du bist sogar noch schön in der Flasche. Und das ist... Tyler Clark, Produzent. Und das ist unser Cameraman Finley. Genau. Splendid. Wir machen das, ob wir? Where do you want me? The light is nice over here. Not that I want to tell you boys how to do your jobs, good heavens. Well, right here is fine, Mr. Stramberg. Sit down and make yourself comfortable. And we'll be ready in no time. Oh no, no, please, please. Call me Klaus. Klaus? Call me Klaus. Tja, das Licht ist hier gut. Warum gehst du jetzt weg? Okay, I think we're set. Roll when you're ready. Camera roll. Hey, when you got a sec, I think you could do something about the lights. I love it. Access to the Consulate and first row seats for the interview. Nicely done, 47. Die Lichter reparieren. Hm. Hier hätte man ein Fernsehen noch einlegen können. Scheiße, dass ich meine Bombe nicht mitgebracht habe. Da oben ist ein Elch. Den kann ich mir schon viel runterfallen lassen. Hm. Okay, we're ready if you are, Mr. Stramberg. Weiß noch nicht, wie ich das genau mache. Weg nach oben, wenn ich nämlich durchsuch's. Die Lichter reparieren. Mr. Stramberg. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, wie ich das mache. Eben einmal abspeichern, falls es so nicht funktioniert, weil ich habe keinen Bock jetzt alles nochmal machen zu müssen. � Team